Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fritteusen Profi. Nach einigen Dual-Fritösen-Videos haben wir heute endlich mal wieder eine Standard-Fritöse auf dem Tisch. Diesmal sogar von einer deutschen Firma, und zwar Rosenstein & Söhne. Dahinter steckt aber der große Online-Shop Pearl. Kennt ihr bestimmt. Wenn ihr wissen wollt, was man mit dieser Multi-Heißluft-Fritöse und ihrem umfangreichen Zubehör alles machen kann und wie hoch die Qualitätsansprüche hier gesetzt wurden, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Also diese Heißluft-Fritöse gibt es sowohl mit Zubehör als auch ohne. Und ich finde den aktuellen Aufpreis von nur 10 Euro für das Zubehör-Set hier mehr als fair. Dazu gleich noch mehr. Wer aber der Meinung ist, dass er sowieso nicht mit dem Airfryer backen, grillen oder mal eine Pizza zubereiten will, der kann auch nur die Fritteuse erwerben. Ich werde euch beide Versionen in der Videobeschreibung und den Kommentaren verlinken. Guckt euch die gerne mal an. Und diesmal habe ich was ganz Besonderes für euch. Wir werden diese Heißluft-Fritöse unter euch verlosen. Bleibt bis zum Ende dran und ich erkläre euch, wie ihr die Fritteuse gewinnen könnt. Jedenfalls verspricht Pearl, beziehungsweise der Hersteller, hier auf jeden Fall eine sehr langlebige und robuste Heißluft-Fritöse. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wurde. Also rede ich nicht mehr viel drumherum und wir schauen uns das Ganze gemeinsam an. Kommen wir zuerst zum Lieferumfang und fangen an mit einer kurzen Rundführung. Hier gibt es auf jeden Fall mehr zu entdecken als bei den meisten anderen Heißluft-Fritösen. Für die, für die es die erste Heißluft-Fritöse ist, die werden sich freuen über den Papierkram. Hier ist eine Bedienungsanleitung, die ist sehr schön ausführlich auf Deutsch erklärt, ist gut bebildert und hat auch eine Kochtabelle. Dann haben wir hier noch das ganze Zubehör. Einmal eine Zange, damit man nicht immer warten muss, bis Brötchen und Hähnchenschenkel abgekühlt sind. Man kann damit auch das heiße Gargut schon aus dem Garkorb nehmen. Dann haben wir hier noch ein Einlegeblech für kreative Ideen. Eine Silikonmatte, einen Grillrost und einen Topf. Die Bezeichnung Multi-Heißluft-Fritöse trifft es hier also sehr gut. Ihr gönnt hier ganz klassisch eure Pommes, Chicken Wings zubereiten. Man kann grillen, backen und kochen oder auch mal die ein oder andere Mini-Pizza oder Flammkuchen ausprobieren. Kommen wir zu technischen Daten und zur Verarbeitung. Dann sind wir nämlich an dem Punkt, wo sich hier die Geister scheiden. Also das Ganze hat 1500 Watt auf 4,5 Liter Fassungsvermögen. Nur mal so als Vergleich. Die Cousori Dual mit 8,5 Litern hatte nur etwas mehr und zwar 1750 Watt. Also ihr könnt euch vorstellen, dass die 1500 Watt auf nur 4,5 Liter ordentlich Power bedeuten. Ich gehe auch davon aus, dass wir für Pommes ca. 15 Minuten nur brauchen werden, statt wie bei vielen anderen Airfryern 18 bis 19 Minuten. Aber dazu mehr im Praxistest. Hier sollten knapp 4 Portionen reinpassen, also empfehlenswert für Haushalte für bis zu 4 Personen. Wer darüber hinaus mehr benötigt, sollte schon zu einer Heißluftfritteuse mit mehr Fassungsvermögen greifen. Das Highlight an diesem Gerät sind aber definitiv die Maße. Mit ca. 33 x 28 cm nimmt die Fritteuse hier wirklich kaum Fläche ein und sollte problemlos auf jede Küchentheke passen. Rein äußerlich und was ich so fühlen kann, ist sie definitiv robust und sehr gut verarbeitet. Das kleine Ding hier wiegt 4,5 Kilo und das liegt selbstverständlich am Material. Hier wurde nicht an Qualität gespart und das Gewicht sorgt auch für einen stabilen Stand. Also, die Bedienung ist hier recht übersichtlich, wie ihr seht, und wurde auch sehr einfach gehalten. Eine One-Touch-Bedienung wäre hier natürlich meine Präferenz, aber dadurch verliert man leider sehr viel Platz. Die Temperatur und die Zeitbedienung, wie gewohnt, links und rechts angebracht. Und dann haben wir hier noch 8 vordefinierte Programme, die ich euch kurz zeige. Wir haben Pommes, Fleisch, Hähnchen, Kuchen, Fisch, Shrimps, Bacon und Pizza. Die wählen wir hier mit dem Programmsymbol aus. Kann man die einmal so durchsteppen. Und alle Programme haben eine Voreinstellung. Und die relevanten Programme sind meiner Meinung nach sehr gut abgedeckt. Wie gesagt, aber ich würde hier eventuell einen Punkt abziehen. Aber ich muss auch zugeben, das macht die Fritteuse wirklich so einfach und intuitiv, dass selbst einer, der noch nie eine Heißluftfritteuse benutzt hat, das Ding rocken sollte. Jetzt noch einige Worte zum Herzstück und zwar dem Garkorb. Der hier ist einfach zu entnehmen, sehr handlich. Und hier finde ich einige Sachen sehr interessant und bemerkenswert. Bei vielen Crisperplates haben wir ja schon erwähnt und auch bei Videopraxistests schon erlebt, dass hier die Pommes durchfallen durch die Schlitze. In dem Fall fällt nichts durch. Die sind schön klein gehalten. Und bei einem anderen normalen Airfryer wird die Luft ja von oben reingepustet. Und hier ist der äußere Korb mit der Schlüssel so konzipiert, dass die Luft direkt an das Gargut geleitet wird. Und die letzte Sache ist die Anhebung unten im Korb. Dadurch weiß man, wie weit man das Crisperplate reindrücken kann und dass es nicht zu tief reingedrückt wird und feststeckt. So, dann kommen wir jetzt zum besten Teil, dem Praxistest, wie ihr vermutet habt schon. Und während ich einmal die Chicken Wings und einmal die Pommes zubereite, mache ich gleichzeitig noch einen Lautstärketest. Wir fangen an mit den Pommes, wie immer. Und hier stehen zwar Zubereitungshinweise drauf, aber die Rosensteine und Söhne macht uns das Ganze sehr einfach. Wir wählen einmal die Pommes aus und schon haben wir die richtigen Einstellungen mit 200 Grad bei 15 Minuten. So, dass die untere Fläche da schön einmal bedeckt ist. Ups. Ach, das kriegen wir auch hin. Und los geht's. Dann mache ich auch gleich den schon vorhin angekündigten Lautstärketest. Dazu muss ich still sein, weil ich rede lauter, als das Gerät arbeitet. Knapp über 50. Hier auf der Rückseite sind es so mit 58, 59 Dezibel noch am lautesten, weil hier der Luftaustritt ist. Also sehr angenehm. Kann man sich immer noch gut und leise bei unterhalten. Es hat gepiepst. Die Pommes sind fertig. Aber bevor ich die raushole, wollte ich noch was erwähnen, was mir aufgefallen ist. Die Fritteuse ist überall so, dass man sie wirklich locker und angenehm anfassen kann. Hier hinten beim Luftaustritt ist es ein bisschen heiß, da würde ich es nicht direkt anfassen. Aber das Ganze gerät an sich. Absolut ungefährlich, falls man Kinder im Haushalt hat. So, schauen wir mal nach, was passiert ist. Die Pommes sind goldgelb geworden. Ich teste mal eine oder zwei davon. Die sind gar. Auch crunchy. Wirklich gut. Fällt ein bisschen Salz, aber ansonsten. Also die brauchen keine Minute länger. Die 15 Minuten haben tatsächlich ausgereicht. Großes Lob, muss man mal sagen. So, das war ja schon mal ein erster kleiner Erfolg. Dann kommen wir zum Praxistest mit den Chicken Wings. Nachfolgen wir mal so. 3, 4, 5, 6, bis der Boden bedeckt ist. Auch wieder ganz einfach. Schalten die Geräte. Jetzt blinken die Chicken Wings. Wir haben 20 Minuten bei 200 Grad. Super simpel und los geht's. So, unser Chicken ist auch fertig. Schauen wir doch mal, was hier aus der Rosenstein und Söhne so für ein Ergebnis kommt. Sieht sehr gut aus. Klingt auch gut. Hört man das Brutzeln? Nicht schlecht. Und jetzt werde ich gleich mal Gebrauch von dem praktischen Zubehör machen. Damit ich mir nicht die Finger verbrenne. Und damit hier kein Fett rausläuft. Beim Auskippen. Sehr praktisch. Einmal noch hier aus der Nähe. Das sieht gut aus. Jetzt werde ich aber doch mal einmal kurz die Finger verbrennen. Und einen davon aufmachen. Ja, bis zum Seht ihr das? Noch schön weich und saftig. Und bis zum Knochen durchgegart. Das Fleisch löst sich leicht ab. Sehr schön. Zur Reinigung gibt es wie immer nicht viel zu sagen. Ich würde euch empfehlen nach jedem Garvorgang die Crisperplate in die Spülmaschine zu schmeißen. Insbesondere wenn ihr Chickenbrings oder andere fettige Gerichte zubereitet. Den Garkorb einfach mit einer Bürste oder mit einem Lappen und etwas Spülmittel kurz abwaschen. Fertig. Mein Tipp einfach Backpapier verwenden. Das erleichtert euch die Reinigung um einiges. Es gibt auch spezielles Backpapier für die Heißluftfritteuse. Gerne mal abchecken in der Videobeschreibung. Zum Fazit kann ich hier nur sagen die Heißluftfritteuse haben ihr insgesamt wirklich gut gefallen. Sie ist sehr robust und langlebig. Der Garkorb ist sehr gut durchdacht, designt und natürlich gibt es auch Aspekte, die besser gemacht werden könnten wie die Bedienung. Dadurch werden aber wieder Abstriche in anderen Punkten nötig gewesen. In puncto Leistung und Praxistestergebnisse hat die Fritteuse wirklich überzeugt. Die 1500 Watt auf 4,5 Liter haben sich in den Ergebnissen wirklich gezeigt. Er ist schon ein kleiner Kraftzwerg und es liegt bestimmt auch am Garkorb-Design. Der ist darauf ausgerichtet, die warme Luft direkt dem Frittiergut zuzuführen. Deshalb wurde auch alles sehr gleichmäßig und schnell gar. Auch das Zubehör lohnt sich. Für aktuell nur einen Aufpreis von 10 Euro kriegt man Zubehör mit Mindestwert von 30 bis 35 Euro auf Amazon. Ich empfehle diese Fritteuse für bis zu 4 Personenhaushalte. Selbst Einzelpersonen sind mit der Heißluftfritteuse wirklich gut bedient. Ab 6 Portionen wird das Fassungsvermögen wahrscheinlich nicht wirklich ausreichen. Da würde ich dann schon eher zu einer Russell Hobbs greifen. Mein wichtigster Kritikpunkt hier ist das Preis-Leistungsverhältnis. Da wäre die Fritteuse so um die 20 Euro günstiger, dann wäre sie wirklich perfekt. Man kann sie auch übrigens nur bei Pearl erwerben, soweit ich weiß. Das war es dann auch schon von mir. Gerne ein Like und ein Abo dalassen und wie immer sind die Produktlinks in der Videobeschreibung und in den Kommentaren zu finden. Und wie versprochen erkläre ich euch jetzt, wie ihr das Ganze gewinnen könnt. Ihr braucht nur den Kanal zu abonnieren und am besten noch unserer Facebook-Gruppe beitreten. Wenn ihr das gemacht habt, kommentiert mit ein paar Worten oder einem Smiley und wir werden nach 7 Tagen einen Gewinner auslosen. Also recht unkompliziert. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und die Videos beim nächsten Mal sind zwei Dual-Heißluftfritteusen. So viel sei schon mal verraten. Auf eine davon haben wir schon länger gewartet. Für weitere Video-Ideen sind wir natürlich offen, aber auch gerne für Feedback und schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Dann bis zum nächsten Video.